Hallihallo! Willkommen zum Finale von CD3 bei Let's Play Final Fantasy 9 und da hinten wird es zwar gefährlich, wir wollen aber trotzdem weitergehen. Letztes Mal sind wir in Pandemonium, also in Garlands Schloss oder Zuhause oder Gasthaus oder Wohnung, wie auch immer, herumgeirrt, sind zuerst ausgebrochen und haben uns dann mit Aufzügen und Teleportern herumgeärgert und jetzt stehen wir quasi vor dem Meister selbst und erhält wieder einen tollen Monolog. Okay. Was, 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 was? Achso, er bezieht sich wahrscheinlich auf Terra, was ja quasi andere Planeten oder in dem Fall Gaia vernichten muss, um selbst weiter zu überleben. Ja, ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir das zulassen werden. Ich bin, ähm, dein Totengräber. Oder so. Ja, und jetzt kommen natürlich wieder die Freundesschiene. Die obligatorische, äh, obligatorische, philosophische Stunde bei Final Fantasy ist jetzt angebrochen. Oh, oh, oh. Das ist übrigens der Grund, warum wir die Hypnose-Mützen ausgerüstet haben. Die schützen uns nämlich gegen Windangriffe. Und das ist der erste Bosskampf, der weiße Drache von Garland oder so, oder von Kuja. Eigentlich gehört der ja Kuja, glaube ich, oder? Zumindest ist Kuja auf ihm geritten auf CD2 oder so. Ah, wie gesagt, wenn ihr schon bei Mahagon mit dem Rotkäppchen fertig sein solltet, dann wäre es gut, wenn ihr vielleicht, ähm... Wir wollen natürlich von dem Typen auch was klauen. Wäre es gut, wenn ihr Mahagon auch schon eine Hypnose-Mütze geben würdet. So, wir werden... mit Steiner werden wir nur angreifen. Mit Mahagon werden wir auch angreifen. Sehr gut, da können wir vielleicht ganz gut stehen jetzt. Wir wollen von dem Typen zwei Sachen stehen, und zwar eine... Oh, eine... eine Drachenrüstung und noch etwas. Ja, die Vayus-Krale, die wollen wir stehen und die Drachenrüstung wollen wir nämlich auch noch haben nachher. So, wir werden hier gleich mal durchheilen. Wir haben das... wir haben das Mana, ja? Oh! Steiner macht schon ganz schön viel Schaden. So, einmal noch... Also, ich probiere es jetzt noch zwei Runden, wenn ich dann die... Tolle... Flissi... Drachenrüstung nichts finde. Und dann... Ich glaube, ich sollte mit dem Typen jetzt nicht mehr angreifen. Ja, mit Mahagon können wir noch angreifen, vielleicht. Wir müssen Mahagon jetzt speziell etwas mehr heilen, weil... Er nimmt von den Angriffen des Drachen deutlich mehr Schaden als alle anderen. Oh, ein Elixier, das brauche ich nicht. So, jetzt ist aber einmal in Ruhe hier. Clown. Autsch, 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 Autsch. Okay, dann werden wir hier mal einen High Potion an Mahagon verwenden. Und... Und... Mal einen Vigra. Ja, das ist der Dracopanzer, sehr gut. Dann können wir gleich mal weitermachen mit dem... Angreifen. Das war übrigens alles, was ich stehen wollte. Also, die Krallen für... Margon und den Dracopanzer. Das heißt, wir können Vigra auch jetzt ganz normal angreifen. Ist wahrscheinlich sogar intelligenter als Räuberseele zu verwenden. Wobei, kann ich Räuberseele jetzt überhaupt verwenden? Ich glaube, ich kann nur die Detail-Sachen verwenden von Cetanes, oder? Oh, verfehlt. Ha, ha, ha. Gut, und mit dir könnten wir eigentlich... Ha, er ist schon tot? Okay. Also, er ist, abgesehen davon, dass seine Angriffe ziemlich stark sind, hat er nicht allzu viel HD, also nicht so oft draufschlagen mit Stein und Margon. Weil wenn beide Tontauben haben, dann machen sie schon ganz schön viel Schaden auf ihn. Und sollten sie vielleicht ihre Trance haben, dann können sie auch maximal Schaden anrichten. Und wir wollen ja nicht, dass der Typ stirbt, bevor wir alles geklaut haben. Und, natürlich, weil es einer der Bosse am Ende einer CD ist, löst er sich auch ganz schön im Winter auf. Also mit sowas kann er uns nicht beeindrucken. 13 AP übrigens, das natürlich verdoppelt wird auf 26. Dadurch, dass wir bei den betreffenden Charakteren AP Plus ausgerüstet haben. Ja, das hast du wahrscheinlich schon oft genug gesagt. Okay, und von wem wurdest du erschaffen? Ah, du bist quasi der Seelenbuchhalter von Terra oder wie? Also doch nicht Raphreda, sondern nur einer von den Bürokraten, die in Coruscant sitzen. Ja, wie auch immer. Jetzt geht's auf zum finalen Kampf gegen Garland. Garland oder wie immer eine deutsche Version heißt. Und irgendwie sieht das ganz ungesund aus, das Loch in der Mitte von seiner Brust. Egal. Was wir hier machen wollen, wir wollen natürlich ganze Sachen stehen wieder bei ihm. Und zwar von ihm einen dunklen Anzug und einen Ninja-Anzug, glaube ich. Und natürlich mit Eich zu heilen was geht. Ah, wir werden hier einfach ein Autsch. Machen wir mal einen Vigraf Mahagon, das sollte sich ausgehen. Oh, das Ninja-Gewand haben wir schon. Und da brauchen wir Nummer 1. Und zwar das dunkle Gewand oder Schattelgewand oder wie auch immer. Ich habe übrigens bei Mahagon und bei Steiner auch Vollmond ausgelöstet, dass die schneller auf jeden Falle Trance-Zustände kommen, weil das im letzten Kampf oder in dem Kampf jetzt ganz gut helfen kann. Dann machen wir Mario noch einen Anzug und Reiko heilen hier. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Ah, das hört sich aus. Oh, dunkelgewand. Ja, da kann ich mir gleich Vollglas auf ihn draufhauen. Wie wir das schon gewohnt sind. Gleich mit Reibersäle auch noch. Der Stehlen geht heute ziemlich einfach, finde ich. Irgendwie habe ich doch ziemliches Glück mit dem Stehlen heute. Hey, was ist das? Das hat irgendwie keiner... Ah, ohja, doch die Pumseule. Hamehamehaaa! Okay. Nicht so lustig. Er sollte allerdings nicht übermäßig viel HP haben. Das heißt, ein paar Runden mit Reibersäle oder... ...zwei oder maximal drei Runden mit Reibersäle und Stein und Margon angreifen. Sollte ihm ein sehr schönes Ende bereiten. Zumindest wenn er über die gleiche Aussuchung hat wie ich jetzt schon. Sollte ihm die Pumseule nicht allzu schlimm. Deswegen ist auch seine Pumseule nicht allzu schlimm. Oh, fast. Fast maximal Schaden mit Reibersäle schon. Ah, wie gesagt. Da geht er schon hin, unser Garland. So, und was sagst du dazu? Bist du jetzt immer noch der Buchhalter der Seelen oder gibst du jetzt endlich auf? Und lässt die Seelen frei oder was auch immer? Hä? Was ist jetzt? Er war übrigens ziemlich schwach für einen End-Boss. Für einen CD-End-Boss. Er ist ja noch nicht der komplette End-Boss des Spiels. Sondern... Sondern nur ein End-Boss einer CD. Oh oh. Du sollst eigentlich gar nicht lachen, wenn es nach mir geht, aber... Und welches Ziel erfolgst du, wenn nicht die Vereinigung von Terra und Gaia? Das ist Schicksal... Für dich ist alles Schicksal. Ja, ich glaube dieser Planet wird nicht allzu lange leben, wenn wir ihm die Vereinigung mit Gaia verweigern, oder? Ich weiß ja nicht, oder? Oh... Er weiß sich sogar so gut, um sich herunterzubeamen. Er lässt sich einfach so... ...mit einem Traktorstrahl auf dem Boden hieven. Ähm... Okay, dann wirst du ihm auch einfach klein beigeben, wenn du uns liebst, oder? Okay... Genau... Erzähl jetzt. Du sollst mir erzählen, was du vor hast, nicht ausschweifen hier. Ja, was hast du vor? Okay... Welches Ungeziefer? Nein, das glaube ich nicht, Tim. Denn jetzt gibt es den letzten Bosskampf auf CD3 gegen Kuja. Aber... Ja... Lang lang ist es her, dass wir dem schon mal begegnet sind. Und er ist einiges stärker geworden. Aber ich hoffe, nicht zu stark für uns. Wir wollen auch von ihm etwas stehlen, und zwar... ...ein weiteres Carabinieri. Währenddessen schreiften wir einfach hier an. Und zwar... Wir können auch keinen Schock verwenden. Also Schocker. Magon greifen... Oh... Eta brauche ich nicht. Können wir mit heilen, oder so? Ja, heilen wir sie dann mal. Oh, 990 Schaden. Sehr gut. Okay, ich werde natürlich, falls es zu lange dauern sollte, die Carabinieri eh lieb, wenn ich einfach rausschneiden. Die Versuche, die ich brauche, allerdings... Nicht lachen da. Da kitzeln dich eigentlich. Die faulen auf dich drauf. Zumindest. Ich glaube mir das. So, dann gehen wir Margon und Eta. Margon und Zitanen Eta. Ah, nicht Zitanen. Steiner natürlich. Und das ist auch der Grund, warum ich... Ich habe einiges. Einige Ausrüstung, die auch etwas den Blitz schützt. Natürlich, weil ich mich schon Blitz verwendet. Also, Blitz und Wind sind die zwei Elemente, auf die man hier auch Acht geben sollte. So, Aiko, was machst du? Keine Ahnung. Du brauchst da eigentlich nicht wirklich etwas machen. Du heilst dich mal selbst. Während Zitan irgendwann mal herankommen sollte, um weiter zu stehlen. Du hast es nicht. So, Diebschalk fehlgeschlagen. Eine Runde probiere ich noch. Und dann schneide ich die restlichen Versuche heraus, bis ich es tatsächlich finde. Keine Ahnung brauchen nichts machen. Autsch. Aber ich glaube, Aiko hat das schon im Griff. Sie heilt sich jetzt einfach selbst. So, okay. Ich schneide die Versuche, bis ich irgendwie die Karabinäre finde. Einfach raus. Und da ist sie schon. Gleich vor dem nächsten Versuch. Hätte ich doch warten können. Okay. Dann einfach. Am besten mit Schocker oder ganz normalem Hinhauen. Und natürlich mit Reibossäle. Und wir können uns das Mahagon-Meha mal anschauen. Das ist nämlich genau das, was man sich anhört. Und zwar ein entfährter Verwandter vom Kar-Meha mehr. So, dann gehen wir da mal. Ah, wir haben noch eine Vita-Hehlung auf dem Mahagon. Der Schocker ist übrigens ziemlich stark. Deswegen habe ich auch der Steiner vorher noch einen Aether gegeben. Vielleicht kommt es auch gar nicht mehr dazu, dass wir das Mahagon-Meha sehen. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie stark die Ange-Schritte hier sind. Und wie viel AP-Q-Chats wie gut man hat. Okay. Das müsste sich noch einmal ausgehen. Dann haben wir es schon. Genau. Ja, er macht nicht allzu viel Schaden. Also es wäre vielleicht sogar intelligenter, mit Mahagon nur zuzuhauen. Aber... Zumindest habe ich es jetzt mal hergezeigt. Wie sonst noch. Schocker ist übrigens. Er generiert HP und... ... HP der ganzen Gruppe. Ist das Almosen? Ah, okay. Da kann man mit Geld auf den Gegner werfen und ihn sozusagen beschädigen. Oh, das können wir auch noch. Das machen wir gleich mal. Oh... Oh, dann machen wir auch Mahagon selbst. Oh, Gravitas. Ah, das... Der Spruch, den ich mit Mahagon jetzt verwende, ist... ... quasi das gleiche wie... ... Auto... ... Auto... ... Segen. Oder wie Segen selbst. Das ist... ... Auto-Leben oder Auto-Engel. Das heißt... ... es ist so ein Schutzzauber, wenn... Ah, okay. Wir sehen sie nicht mehr. Wenn ein Charakter quasi getötet wird, dann wird er automatisch wieder aufgeweckt. Allerdings ist das so was wie ein... ... ein Buff, so wie... ... Hast oder... Wie ist das? Oder Regener. Das heißt, wenn man es im Kampf zaubert, kann es vom Gegner theoretisch auch entzaubert werden. Wenn man es quasi als Segen in den Abilities aktiviert, also wenn es automatisch ist. Ey, was ist mit Kucha los? Wenn es automatisch ist, dann funktioniert es quasi immer den ganzen Kampf über. Ohne dass man es irgendwie vom Gegner heruntergenommen werden kann. Ähm... Was ist mit Kucha los jetzt? Ähm... Hilfe! Mami! Müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Na, hoffentlich nicht. Ultima hört sich einfach nicht so gut an. Autsch! Ich dachte, der Ultima zaubert nun mich nicht. Na, ich hoffe, das habe ich überlebt. Nöb Shangri-Fi-Fi-Sorten ins Polis. Töne, 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 Töne. Töne, Töne. ä, Töne, Töne, Töne. Höre, Töne, Töne, Töne. Untertitelung des ZDF, 2020